ZILKA 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 Hallo, herzliche Grüße aus Zentralafrika. Wir sind nach einer langen Reise heute in Bangui angekommen. Mit Herrn Zlemamba werden wir heute unsere Hilfsgüter an die Hilfsbedürftigen unabhängig von ihren Religionen und Rechtschauungen verteilen. Durch die Spenden aus Deutschland haben wir ca. 500 Kurbangaben gesammelt und ca. 20 Hilfsgüterpakete. Und wie Sie sehen, werden jetzt diese Kurbangaben und Hilfsgüterpakete an die Hilfsbedürftigen verteilt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Organisationen und Mitwirken vom House of One, Time to Help e.V., aus Zentralafrika Duhal Association und unserer Partnerplattform, Interface Plattform, herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir auch in den kommenden Jahren mit größerem Engagement und mit größeren Hilfen wieder dabei vor Ort den Bedürftigen helfen. Dankeschön. Vielen Dank.